Die Schauspielerin Eva Longoria, 43, brachte am 19. Juni ihr erstes Kind zur Welt. Ihren prellen Babybauch konnten die Fans von Anfang an auf ihrem Instagram-Profil bestaunen. Nun postet die frisch gebackene Mama ein erstes Bild von ihren kleinen Jungen. Der kleine Sohn der 43-Jährigen und Josebaston, 50, trägt den feurigen Namen Santiago Henrik. Nun postet die stolze Mama ihres ersten Kindes ein Bild auf Instagram, worauf sie die glitzekleinen Füße ihres Sohnes in den Händen hält. Ich beginne meinen Montag mit voller Dankbarkeit für diesen kleinen Segen an Menschen, schreibt sie darunter. Außerdem bedankt sie sich bei dem ganzen Team im Krankenhaus, die ihr und dem Baby Sicherheit gebeten haben. Ich liebe dieses Bild als Erinnerung daran, dass egal wie groß du wirst, du immer mein Baby sein wirst, kommentiert sie stolz weiter. Wir können gespannt sein, ob schon bald ein Foto des Streusling auf dem Instagram-Kanal des, des Pirater Jose Vives, starr auftauchen wird. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.